Jo Leute, was geht denn? Willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei ist der liebe iCrymax. Was geht, Digga? Na, du? Was geht ab, Leute? Max, wir spielen heute eine Runde, wenn ich du wäre, weil ich das irgendwie mit Erwife nicht mehr möchte, weil, keine Ahnung, Erwife macht genug Klicks auf meinen Nacken, dass er dachte, ich suche mir einfach wen Neues und ich glaube, das wird euch separat sein. Ich glaube auch, ich glaube auch. Max, wir spielen heute aber eine richtig eklige Variante, wenn ich du wäre, ja? Das ist so schein! Das erste, was ich jetzt sagen werde, wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, Max. Aber Max, wenn ich du wäre, ja? Hätte ich gerne für jeden Kill, den ich jetzt in dieser Runde mache, erstmal 1000 V-Bucks, ja? Dankeschön. Ey, so läuft das nicht mal, kann ich sagen, wenn ich du wäre, würde ich mir das und das geben. Doch, genau so läuft das bei Erwife und mir. Bei Erwife und mir läuft das genau so, Max, und das läuft jetzt auch so, ist das klar? Digga, Max, also, entspann dich mal, ja? Wir machen jetzt hier irgendwie... Du bist eh Noob, alles gut. Okay, alles klar. 1000 V-Bucks pro Kill, Max, du weißt. Wenn ich du wäre, würde ich bei jedem Kill, den du machst, I like to move with things. Okay, das ist der Max, Digga, das ist doch easy machbar, Alter. Das ist sowieso so eine Sache, die ich generell eh machen würde, von daher passt das. Landest du bei mir, Bruder, am besten, oder? Nee, ich habe gar keinen... Ja, gut, der andere hat die Waffe bekommen, das war es dann schon wieder komplett bei mir, warte. Okay, ich habe auch eine Waffe. Ey, hallo, wer ist da? Bonjour, mein kleines Beispiel. Hola, ¿qué tal? Ey, ey! Ja, gut. Einen Kill habe ich schon. Das war schon mal ein leckerer 1000 V-Bucks hier. Ja, Max, Mensch, das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Achso, ich muss... Oh, Junge, meine Stimme ist kaputt, Alter. Was war das denn, Junge? Der Teufel höchstpersönlich aus mir gesprochen, Alter. Du musst den Exorzisten holen. Das war es ja mal komplett. Ja, aber du kannst mich ja noch wiederholen, wenn du krass bist. Ja, krass bin ich ja. Wenn ich du wäre, würde ich alle killen und mich wiederbeleben. Klingt nach dem Deal, oder? Der kommt hinter dir. Noi. Was? 67er Headshot. Ja, moin, Digga. Da habe ich ihn nicht gehört, Alter. Ich irgendwie... Ich meine, Kopfhörer falschrum auf? Nee, keine Ahnung. Ja, gut, egal, Max, egal. Weißt, dass die 1000 V-Bucks aber nur aus einer Runde immer zählen, ne? Nee, 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 wir spielen das jetzt bis zum Ende durch, Max. Das passt schon. Aber warte mal, ich bin ja eh wieder dran mit, wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich sagen, dass ich mir aussuchen kann, welche Runde wir für diese 1000 V-Bucks pro Kills nehmen, ja? Also, Max, ne? Junge. So, Max, du bist dran. Komm, Gönn, ey, komm, das doppelt Lottchen hier, Alter. Mach mal kurz Abbruch. Mhm. Warte. Komm noch mal rein. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt im Itemshop kaufen, was ich will. Für dich? Für mich kaufen als Geschenk. Was möchtest du haben? Schauen wir mal, ja, den Black Widow Skin habe ich ja schon. Hab ja schon fast alles hier. Das ist so ein billiges Zeug, weißt du, wenn ich ja... Ja, schade, ne? Warte, den Pop-Lock ist 800, der Outfit ist komisch aus. Ach, Mann, ich muss mir jetzt mal neue V-Bucks kaufen, du Assi, Alter. Wenn ich du wäre, würde ich mir Pop-Lock kaufen mit dem Creator Code iCrymax OG. Du Wachs, Alter, ne? Gut, ich hab mir neue V-Bucks gekauft. Was willst du haben? Pop-Lock mit dem Creator Code iCrymax? Ja, OG, bitte. Boah, Digga. iCrymax OG. Maximal eklig, Alter. Das ist was ekelhaftiges, ey. Wo ist mein Geschenk, lieber Revi? Ja, kommt, Digga. So, bitteschön, Max, ne? Du wurdest beschenkt von Revinzler. Ja, Mensch, sowas schön ist aber auch. Ne, hier, ganz toll, oder? Oh, Ehrensache. Hast du meine Nachricht gelesen? Ja, Herzen. Ne, da waren keine Herzen drin, Max. Da standen, stand da wirklich Herzen? Da, da waren wirklich bei mir nur Herzen. Digga, ich hab mir reingeschrieben, du Hütensohn, was soll das, Alter? Warum macht Fortnite daraus Herzen? Ja, egal, Max, Digga, legal, legal. Ja, war sowas von sensiert. Ja, gut, Max, wenn ich du wäre, würde ich jetzt erstmal kurz direkt neben mir landen, Bruder. Und gucken, dass wir hier auf jeden Fall eine arschgeile Runde haben. Und du auf jeden Fall mir zwei bis drei Kills schön vorbereitest, Kollege, ja? Ach, ich muss die Kills vorbereiten? Ja, ja, genau. Schießt du low, aber dann läufst du einfach weg, weißt du? So läuft das ja, ne? So, Digga, jetzt werden V-Bugs gefarmt, Alter. Auf geht's, Bruder. Schöne zehn Kill-Runde jetzt mal hier knackig reinhauen. Mh, Max, das schreckt. Du musst dieses I like to move it auch bei wollen, ne? Natürlich, Digga, das kriegen wir hin, du. Das kriegen wir hin. Natürlich jetzt zehnmal I like to move it, blablabla. Wenn ich du wäre, würde ich bei deinem neuen Video unten in die Videobeschreibung meinen Creator-Code reinschreiben. Dein Creator-Code. Ja, ganz unten, letzte Zeitung. Boah, bin ich ekelhaft heute unterwegs. Mir sind Gig Nuts. I like to move it, move it. Meine Stimme lässt halt gar nicht zu, Alter. Bei dir ist das einfach so cringe, wenn du das sagst, Digga. Ja, weil meine Stimme, weil ich so heiser bin, Alter. I like to move it, move it, ich hab einen Kill, Digga. Wenn ich du wär... Gut, hat sich dann damit auch erledigt. Eigentlich wollte ich sagen, wenn ich du wär, würde ich jetzt noch schnell einen Kill holen und dich ein bisschen freuen, aber... Ja, Bruder, ich hab keine Mads. Ich bin wieder dran, oder? Ja, du bist wieder dran. Ich hebe mir das kurz auf, bis du mich wieder gold hast, weil da hab ich schon eine gute Idee. Ich geb dir keine Waffen von mir. Ach, das kannst du doch nicht beeinflussen. Junge, okay, aber Max, das Ding ist, will ich dich überhaupt hochholen? Vielleicht musst du dafür, wenn ich du wäre, nutzen. Oh, auf Ehrenlos, Digga, auf Ehrenlos. Max, also sonst bist du vielleicht tot. Also wenn dein Team-Mate sterben lässt, dann... Max, komm schon, komm schon, nutz es doch einfach, nutz es doch einfach. Also ich weiß ja nicht. Na gut. Also wenn ich du wäre, würde ich jetzt den blauen M16 gegen meine graue Pistole eintauschen. Kleine F***, Alter, gib her! Gib die Pistole! Oh! Nicht im Ernst. Ich wurde einfach im Rennen gesnipet. Der kleine Hundesund. Oh, Mann. Nice, schön, schön, schön. Oh, Digga. Alter, knappase. So was von knapp, Digga. So was von knapp, Alter. Ja, nee, hab ich ein bisschen reingestimmt, weil meine MP war nicht nachgeladen, Bruder. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Wie gut. Das ist wirklich die unangenehmste Aufgabe, die du mir hättest geben können, wirklich, Alter. Ehrlich, Digga. Das war... Das ist eine richtige Chunky-Stimme. Okay, du kannst mich wiederholen. Gleich krieg ich einen Headshot. Ich seh's schon kommen. Ich seh's schon kommen, Digga. Ich seh's schon kommen. Du würdest richtig feiern, Digga. Nein, würdest du nicht, weil ich hab drei Kills und das sind 3000 V-Mucks für mich schon mal. Falls ich die Runde hernehme. Ja, deswegen hoffe ich doch die ganze Zeit, dass du stirbst. Wenn ich du wäre, würde ich mir das nächste Gehirnzeug, was du findest, geben. Du Wichser, Alter. Du kleiner, ehrenloser Hundesohn. Was soll das, Max? Mashallah, Bruder. Das ist eine grüne MP für dich. Machst du jetzt auf nett, damit du dich behalten darfst. Ja, bei mir sind Gegner. Ich bin down, ich bin down. Das war's dann schon. Arschgeil. Ja, Digga. Hey. Man, auch nichts gehört wieder. Mein Gott, er ist wieder plötzlich spawned vor mir de facto. Das war's dann auch schon wieder komplett mit dem Head. Ey, Digga. Ey. Ey, Max, ich schwöre, nächstes Mal hole ich dich nicht hoch, Alter. Wenn ich du wäre, werde ich dich jetzt nicht mehr wiederbeleben, Alter. Die landen aber auch direkt auf uns, Alter. Kann nicht sein, ey. Wenn ich du wäre, ziehen wir jetzt einfach sämtliche Kills in allen Runden, die ich mache, zusammen, Bruder. Nur, dass du's weißt, ja? Das wird richtig schön teuer für dich. Doch, Max, doch. Einfach, weil du mir gerade die Runde zerstört hast. Nein, einfach so. Als ob du irgendwie so mehr als fünf Kills gemacht hast. So, das sind jetzt schon mal 4.000 V-Bucks, Bruder. Das ist auf jeden Fall lecker. Lecker? Das ist auf jeden Fall 40 Euro, ne? 40 Euro, ja, ja. Ja, ja, Max. Bei mir ist ein Gegner. Komm, aber ich hab graue Pistole und Sniper, also... Ganz so viel kann ich dann auch nicht machen. Wo ist der? Gegen an, nebenan, nebenan. Ich bin gerade vorbereitet, ne? Hab ich ihm Hit gegeben, ja, hab ich ihm Hit gegeben, White-Live. Oh, okay, sorry, Bruder, bei Headshot war ungeplant. Ah, kleinen Moment. Ist der Typ low? Ja, hab zwei Gold, der ist low, hat one-shot gerade noch. Der hat ZM-Hit wieder Gold. Nice. Oh, 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 on, 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 on. Oh, nice. Oh, nice Salud. Was? Och, Digga, das kann doch nicht wahr sein, Digga. Ey, wie viel Pech muss man denn haben, Alter? Ne, gib mir direkt einen Headshot oder was? Okay, Max, also, wenn ich du wäre, würde ich mir sämtliche Kills nur mit der wunderschönen Shotgun vorbereiten. Äh, äh, oh, fuck, ähm, ich wollte eigentlich sagen, Pistole, egal, jetzt ist es egal. Egal, 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 egal. Also, wir haben einen Shotgun jetzt, oder? Ja, komm, ist es egal, Digga, ich hab's jetzt gesagt, ich hab reingeschissen, Alter. Ah, da war ich gerettet. Mann, ich wollte sagen, dass du sie mit der Pistole vorbereiten musst, ist es egal. Land mal bei mir im Haus, bitte, Bruder, also vier Kills, die Pistole vorbereiten, denkt dran. Wir sind momentan bei sieben Kills, das sind schon mal 70 Euro, also. Lieber Revi, wenn ich du wäre, du spielst doch mit Maustastatur, ne, nicht mit Konzert. Ja, genau, wenn ich du wäre, würde ich jetzt meine Maus wie Monkral hinstellen. Also, irgendwie so komplett schief, ey, so vor dich legen. Okay, hab ich, hab ich, hab ich. Ih, Alter, meine Hand. Junge, sie krampft. Ja, wie soll ich denn da mit jemanden killen? Weniger Kills ist besser für mich, ne? Und ich muss dir ja immer noch Gegner vorbereiten. Hier, bei mir sind welche im Haus. So, einen hab ich down. Wenn ich du wäre, würde ich mir die Pumpkin geben. Brauchst du ja eh nicht, ne? Ach, ich hasse dich. Überleg mir grad was, wenn du schon sagst, dass du ein bisschen angeschlagen bist, was würde dir so richtig deinem Hals wehtun? Hals, Maul, ich schrei jetzt hier nicht rum. Boah, ich hab ne dicke Idee. Sind hier keine Gegner? Doch, hier vorne. Okay, bitte, ich will diesen Typen snipen, ja. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt bei jedem Kill, den du machst, Ja, was? Dein Crater-Code laut schreien. Das ist gar nicht so schlimm, du, dann werde ich ihn ziemlich oft schreien. Magst du, da sind zwei Gegner, du weißt, Vorbereitung, ne? Ja. Wart mal. Hä? Hä? Ich hab den Granatenwerfer nicht gesehen, war wieder nichts gehört. Ey, Digga, dieses Game ist so ripped, Mann. Mein Gott, Digga, fix eure scheiß Explosives, Digga. Man hört diese Dinger nicht. Ich bin einfach gestorben. Ja. Einfach gestorben. Digga, das ist so lächerlich, Mann. Ey, dieses Game kotzt mich so an, Digga. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Bin einfach tot, Mann, Digga. Ey, seit Wochen, seit Jahren ist es das Gleiche. Okay, Digga, Max, also, pass auf. Ich würde sagen, wir landen im Pleasant Park und wenn ich du wäre, hast du ja noch ein bisschen was vorzubereiten. Wir sind momentan bei sieben Kills, Kollege, okay? Ja, ja. Und diese sieben Kills sind ja schon mal 70 Euro für mich. Das ist schon mal ganz nice, ne? Aber ich glaube halt, dass ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr Geld verdient hätte, oder? Das ist richtig auch teuer, ne? Digga, Alter, natürlich, natürlich, natürlich. Ich habe ja eigentlich nicht so viel Bock, dass das Ganze hier so teuer wird. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir so ein bisschen Schadensbegrenzung. Und deswegen, wenn ich du wäre... Oh, warte, bei mir ist ein Gegner. Oh, mein Gott. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt bis zu deinem nächsten Kill deine Tastatur wie Moncali legen. Oh, nein. Ey, das ist doch nicht real, Digga. Woran bist du jetzt gestorben? Bruder, ich pump einen weg. Ich baue mich in das Haus rein. Ich baue die Wand weg. Auf einmal, der chillt einfach dahinter. Der chillt einfach hinter der Wand. Schießt mir in mein Gesicht, Digga. Wie laut ist er? Das ist doch nicht normal. Ich weiß nicht, ich habe ihn ja nicht getroffen. Ich baue einfach die Wand ab. Der löscht mir ins Gesicht und spuckt mich an, Digga. Ja, genau. Von wo? Von hinten, von hinten, Bruder. Ja, man hört nichts. Ich höre keine Gegner mehr. Ich höre sie nicht, Mann. Dieses Spiel ist behindert, Alter. Was ist denn das, Junge? Ich höre nichts. Ich höre keine Gegner, Alter. Wie laut soll ich dieses Bastard-Game denn noch machen, Digga? Ja, hoch und tschüss. Ich höre keine Gegner mehr. 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 Ich höre keine Gegner mehr.